So, da sind wir wieder zurück bei Let's Play Getting Up, diesmal in dem neunten Abschnitt und zwar mit dem Level New Radius Tunnel. So, wir bereiten unser Black Book vor. Es müsste eigentlich neue Graffitis geben. Allerdings, das gibt's auch. Dann nehmen wir mal das hier und... Keine Ahnung... Nee. Gibt's hier neue Build Styles? Joa. Das ist cool. Ist auch schon ausgewählt. Dann nehmen wir mal das hier. Neue Draw-Ups. Oh, das. Gut. Wir sagen, geht's los. New Radius Tunnel. Na, aus. Ey, Mann. Deine Schatten und Farben, Mann, die sind fett. Wie machst du das? Gefühlt für die Dose, Baby. Pass auf. Draw-Ups alleine bringen gar nichts. Du musst dich entfalten. Du musst ein paar Characters machen oder Murats. Naja, ich probier ein bisschen, aber... Ich muss doch zeigen, was du kannst. Das ist echte Straßenkunst, Bruder. Bleib real. Und vergiss nicht. Mehr Farbe, mehr Details, mehr Zeit. Also hetz nicht und verarsch dich nicht selber. Hm. Okay. Okay. Hey, Goldtrain! Fett, Mann! Mach sie fertig! Ähm... No car? Top to bottom? Respekt. Kann ich nichts gegen sagen, Mann. Sang als Bauchredner? Das ist krass. Echt? Danke, Mann. What the fuck? Die Riders Bench ist Wernergebiet. Decoy, hast du das gesehen? Ja, entspann dich, Gabe. Er ist mit mir hier. Schwachmaten-Scheiße, der zeigt mir keinen Respekt! Ich? Ey, Bitch! Schon seit Jump Street machst du mir nur Stress und gehst über jedes meiner Pieces rüber. Ich hab eure Schablonen gesehen. Schablonen? Was laberst du für ne Scheiße? Du verlorene Bitch! Hey, hey, hey. Ihr wollt'n Battle? Könnt ihr haben. Du... Einer gegen einen. Regeln wir das. Rüben beim Tunnel, sodass ich die ganze Stadt sehen kann. Und ich... Okay. Also auf jeden Fall machen wir ihn alle. Das steht fest. Und machen ihn gleich noch mal ein bisschen runter. Ja, ja, ja. Keine Tropfen, Alter. So geht das. SFC, ihr Bitches. V-A-N-R! Und ihr seid scheiße! Yo, Train! Mach ihn nackig! Ihr seid ein weicher Haufen! Yo, Train! Mach ihn nackig! Mann, ich mach dich grad voll fertig. Siehst du das? Ich glaub's nicht. Die kleine Toynutte will mich anwixen. Oh, Gabe, der macht dich fertig. Ey, pass auf die Drips auf. Joa. Es ist schwer zu erkennen, aber es sieht so aus, als ob die beiden eine Art Wettkampf veranstalten. Uns wurde gesagt, dass die CCK schon unterwegs ist. Wir werden das weitere Geschehen live für sie übertragen. Er muss. So. Komm schon. Darf ich jetzt wieder? Cool. Seid ihr noch ein Schwule, oder was? Verschissene Wichser! Ah, du bist so ein Lustiger. Mal sehen, was du sagst, wenn ich dich vor deiner gesamten Crew fertig mache. Meine Skills ahnst du nicht mal, Junge. Hey, dein Peace hat mehr Tropfen, als nur dich das Klo, Gabe. Drip? Was? Sieht aus, als ob sich jemand an der Wand seinen Arsch abgewischt hätte. Haha, ich finde das geil. Oh scheiße, Mann, das hätten wir unbedingt filmen müssen. Yeah, Mann, so sieht das aus. Haha. Haha. Tja. 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 So, diesmal ist es aber eindeutig noch zu wenig Zeit, die vergangenen 5 Minuten, also... Naja, äh, ja, nächste Mission haben wir auch noch, dann machen wir noch hier, oder? Ich weiß nicht, eigentlich für jeden Part einen, für jede Mission einen Part, oder so. Ja, was soll's. Ich nehm diesen Part direkt noch nebendran auf, also, sehen wir uns im nächsten Part wieder beim Rummelplatz am Pier.